so Leute wir sind wieder da nächste Runde und diesmal klappen die Kontrolle die 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 können waren die Störung okay dann machen wir mal äh Kid Boo gegen Evil Boo geht los oder geht los joa Aaaaaaah Stier I just don't care Die lade ich mich jetzt nochmal auf Die lade ich mich auf Die lade ich mich auf ich hab's wieder vergessen hoch null also hoch key wie deine ganky Dame immer noch um mich rumfliegt echt ist das meine ja das große Dame da könnte uns auch eine abgefeuert haben so richtig schlecht oder so ja so eine kleine Duster war meine was ist das denn ehh ich geh weg damit ehh was war das keine Ahnung aber es hat viel was da kam ja noch mehr davon raus du bist tot ja aber meine gängige Dame die lebt ewig weiter ebst was verpiss dich bloß alter was für Hölle fuck fuck was mach ich jetzt was mach ich jetzt ich hab nur diese nein verpiss dich double kill double kill ähm ich glaub wir haben Score auf 7 das heißt wer zuerst 7 mal den anderen getötet hat gewinnt wie der scheiße immer noch um mich rumfliegt und ich dich hier voll die Dallins und die Dings geprügelte das hat dich jetzt mal auch getötet alter verräg auch mal wow oh 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 nein nein ouch ouch mann piss dich alter der Tacke die wär richtig episch locker also ich hab keine Ahnung was es ist aber es kommt nicht an und da hast du's was auch immer das war weil es sich nicht mehr erreicht hat ich hab da was für dich kein Ding ich kann ausweichen na lol genau im richtigen Moment was Hölle war das alter was tust du ey der heilt deinen Limmel im alter da zieht er hier seinen Limmel und greift mich damit an ey komm legt er sich nicht auf lade dich auf genau lade dich auf jetzt in dem Moment hat's grad geklappt ich brauch unbedingt wieder Key ey ich glaub deine Tacke ist ein bisschen kräftiger jetzt fliegt wieder dieser scheiß Ball stutzelang um mich au 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 ach du hast auch so ein Candy Beam ja ich check nie wie man sich auflädt da braucht man richtig lange bis Zeit kapiert hat oh what the fuck ja hör doch mal auf so schießen das tue ich was okay okay wo ist Key Bomb ja da bin ich wer bin ich denn jetzt ach ich bin der wer bin ich hier warte mal ich bin doch der andere nochmal bitte nicht auf den Sack drauf boah aber diese Explosion die dir bei deinem Ball rauskommt ey was haha unterbrochen du Loser alter wie spritzt der mich wieder an ey hör warum bin ich tot weil ich dich kaputt geballert hab du dummer Spritzer ernsthaft ja ich dachte sogar ich geh richtig geil ab so geh damit ab ja abgeblockt ja abgeblockt abgeblockt nochmal deine AP an abgeblockt block das hier wie er einfach da stehen bleibt als wär nix alter stirb oh oh nein noch erwischt geil wie er sich einfach vollkommen auflädt ey huiii alter lass mich doch erstmal aufstehen au ey wie er meinen Arsch voll bläst geh weg es hat sogar geklappt mit dem Gewicht da hinten bist du noch irgendwo mein riesiger Ultratodesball ach leck mich jetzt neiiiin 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 jawoll wuuuuhu uuuuuh bitches curry hat aber schon voll viel geübt vorher ja weißt du was ja ach fuck ach fuck ach 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 bau bau und du unterbrichst immer die coolste Attacke überhaupt wo bin ich warum bin ich da drin im Haus wie komm ich da raus guck mal das ist so ein riesenkopf von mir jo hast du das jetzt oder ich das war ich was bringt der Kopf au wö was die Attacke war voll cool der hast du jedes Mal verbrochen warum ist die voll cool der steht doch einfach nur zu mir ja und dann mach ich noch so nen Finisher move die Silvus gestorben was ist das alter es macht mir selbst auf jeden Fall extrem viel Schaden hehehe what the fuck komm her alter wirst du mal so ooooh wenn ich einfach zum umfalle wenn ich verstehe das Spiel doch nicht so ganz oh oh na ich ehrlich aah wir haben mich bitch slappt mach was mach was warum bleibt man einfach stehen ich meine macht manchmal einfach so gar nichts also guck du mal wer grad mehr mal guck mal dein abwerten weißt du dabei hä ich kann mich klar nicht kontrollieren ach ich bin oben ja klar ich dachte ich wäre da unten alter das wird dem mehr wir tun als vielleicht auch nicht weißt du jetzt so wenn's schon vorbei ist dann geh ich ab das ist eh die geilste Attacke vor allem in so'n geschlossenen Raum ja gut ich würd sagen wir sind uns dann in der nächsten Runde nochmal mit neuen Charakteren oder? ja würd ich sagen ja wir sind immer ja nech ne Runde nech ne Runde Ja.